Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Azurathrath. Wir sind in Episode 9 und mal gucken, was auf uns wartet. Not alone. Nee, warte mal. Das ist was anderes. You let me handle them. Episode 9. Die besten Pläne. Punkt, Punkt, Punkt. So, jetzt machen wir erstmal die ganze Raumflotte kaputt. Komm schon, der große gibt's auch noch. Oh, jetzt gibt der kleinen Ball. Na, schon wieder verpasst. Jetzt aber. Weitere bin ich nicht so gut. Exorcism klingt mal gar nicht gut. Asura? Tja, Game Over. Das war's dann wohl. Ah, nee, doch nicht. Ah, jetzt haben wir sechs Arme. Ich glaube, das ging anders. Wir didn't start the fire. Also ähnlich. So, ah, da kommen Raketen. Ich bin sehr gut. Ja, komm komm. Ja. Komm, komm. Ja. Ich bin sehr gut. von Süden. So, da geht es gleich wieder ein Raumschiff runter. Aber die Leute haben ja genug. Das ist mal eine nette kleine Strahlenkanone. Ich glaube, du hast daneben geschossen. Los, kommt her! Ich bin ein Mensch. Ich muss nur wüten werden. Ich muss wüten werden, bevor ich sterbe. Ich muss nur wüten werden, bevor ich sterbe. Oh, da kommt die Verstärkung, oder? Nee, noch nicht. Hier geht's nur durch die Tür. Und, nächste Tür? Ah, jetzt haben wir drei. Oh, da kommt die Tür. Bist du noch da? Du bist noch da. Nächste Tür, bitte. Oi. Erlösungstruppenoberst Tyson Nudor. Oh, da kommt die Tür. Oh. Ja, komm, ist gut. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, gleich bin ich soweit. Jetzt bin ich wütend. Hier irgendwo muss doch noch der Big Boss rumstehen von dem Chef. What is this? Hey! Hey! Doh! 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 Noch jemand da? Ah ja, der Großen ist noch da. Oh, ich bin wütend, ich bin wütend, ich bin... Nee, ich bin noch nicht wütend. Jetzt werde ich wütend. Und die Nächsten. War's das? Ah, da kommt die Verstärkung. Noch irgendjemand? Oh, was du denn? So, Nächster bitte. Ach, wieder Kleine. Oh, was du denn? 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 Ich weiß schon, ob du diesmal ein Hologramm bist. Wie könnte ein Mensch meine gesamte Flüte zerstören? Wie? Wie bekommst du dich so körperlich? Habt ihr gedacht, dass ich mich selbst zu deinem primitiven Weg zu kämpfen würde? Aber... Farewell, Observer. Beobachtung, Sie haben noch einen Verkauf? Die Wälder der Wälder hat seit dem Ende geschlossen. Tja, hättest mal gekämpft. Gleich sind es nur noch 5 Gottheiten. Oder 6 Gottheiten und eine Flunder. Wir sind bereits da. Soon der Goma wird noch nicht mehr sein. Nach dem Great Rebirth, noch mehr werden muss sich gegründet werden. Ja! Der Welt wird frei von der Gefahr der Goma und wir werden in der Vergangenheit zu erreichen. Ich fühle mich zu hören über den Welt. Jetzt! Einen Fallschirm hätten wir vielleicht gebraucht. Na toll, da gehen wieder unsere zusätzlichen Ärmchen und Flöten. Immer wenn die gerade praktisch waren. Ich glaube, das wird wieder eine Zeit lang vergehen, bis wir wieder auf die Beine kommen. ...Altra? Die 7 Gottheiten Augos! ...Altra? Und wird fortgesetzt. So, wie habe ich abgeschnitten? Ah, immerhin mit dem A. Ja? Ja? Triple A. Weiter. Episode 9. Die besten Pläne. Karma-Festung. Versammlungstraum. Er scheint, als hätte euch Karl Ruh... Karl Ruh... Karl Ruh... Verlo... Was? Äh... Ja, egal. Wie auch immer der heißt mal. Also waren selbst unsere Haustaktiker und seine ausgefeilte Strategie der rohen Gewalt des Affen nicht gewachsen. Wie bedauernswert. Das kann so nicht weitergehen. Wir sollten unsere Truppen versammeln und ihn konzentriert angreifen. Warte! Angesichts der Feuerkraft unserer Flotte riskieren wir unschätzbaren Schaden für das Land. Dies ist kaum die Zeit für Umsicht. Wir müssen uns sofort um ihn kümmern. Aber, aber, lasst uns nicht vorheilig werden. Das ist so stillos. Ich bin mir sicher, August wäre mehr als glücklich, sich unser kleines Problem zu kümmern. Nun gut. Nun gut. Wo... Ich krieg keine weibliche Stimme mehr hin. Ähm. Wo ist er? Was könnte er in Seiten wie dieser tun? Was glaubst du? In Episode 10 Bis dahin. Macht's gut. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. nur noch etwas knackern. gemacht hast. Bis dann vorbeischt. Mit dem Schaden